Wir sind Rufus. Äh, aha, du beschleunigst den Kreuzer, anstatt ihn zu stoppen, wie es alle anderen getan hätten. Alle anderen sind ja auch Idioten. Und dass der Kutter zwischen die Zahnräder gerät, ist sicherlich auch ein Teil deines Plans, richtig? Äh, genau. Ja. So, jetzt kann ich nämlich mit der Kanone direkt auf die Kutter schießen. Ach, voll, wirklich die Munition, alle. Och. Die Kanone ist so montiert, wie ihr Pischluch. Toll, ich rette dich! Acht, ach, was sagst du? Acht, ach, mach doch, edler Retter! Ach, nix! Doch, man versteht kein Wort! Ich wüsste wirklich zu gerne, was sie gesagt hat. Ui, versprühen aber die Pumpen! Schneller! Noch schneller! Wahnsinn! Mein Mantel brennt zwar, aber ich bin tot tot, dass ich hier ein Teil haben darf. Zum Glück ist Herr Orgelon für seine hervorragenden Brandschutzmarsch nahm bekannt. Ha! Keine Propaganda! Darauf erwette ich meine Stiefe! Keine Stiefe! Na ja! Von mir ist ein famoser Feuerwehrmann verloren gegangen. Zumindest mangelt es in meiner Umgebung nie am Feuer. Gesmo wäre stolz auf mich. Von mir ist ein famoser Feuerwehrmann verloren gegangen. Zumindest... Ich kann seinen Mantel jetzt nicht lösen! Dieser Held! Du sollt die richtigen Menschen retten! War gut! Hehehe, die Erzieher ist heiß! Oh! Ich würde ja sonst nicht zu gerne... ... ... Das geht ja noch schneller. Das ist schon die Maximalgeschwindigkeit der Organon, die er leibt von der Wildschlüse. Spaßbremsen. Und... Oh, grausames Kahn. Wer dokumentiert denn jetzt seine selbstlosen Heldetaten? Hey! Aufwachen! Du vertämmst den Höhepunkt meiner Uneigennützigkeit! Verdammt! Ich nenne es das Schlauch-O-Dro. Eine Fahrt, 10 Slotty, zuzüglich 2 Slotty Zimper diesen Zuschlag. Nur ich fahre uns auf. Ich habe immer noch die Feuerachse. Lass es los! Gehen! Alter! Was für ein Held! Hat jemand das Fenster offen gelassen? Ja, ist ein bisschen zugig. Der Kutter war kaputter als die Waage von Tonis Mutter. Das Futter war alle und die Rute noch weit. Doch die Stimmung war gut da, war alles in Buta. Nur irgendwann machte sich Müdigkeit breit. Denn ab hier mussten Rufus und Koya zu Fuß los. Nicht tragisch, so ein Fußmarsch macht ja doppel so viel Spaß. Mit einem peppigen Lied auf den Lippen. Und um diesen Sachverhalt zu unterstreichen, flut ich jetzt die Gesangskabine des Chors mit Heliumgas. Fusser mit Heliumgas. Ja! Und boah, wie ich diesen Organum mit meiner Schattenattacke ausgeschaltet habe. Habt ihr das gesehen? Zum tausendsten Mal, Rufus, wir... Das war so lässig. Man nennt ihn Rufus. Rufus. Und jetzt alle. Rufus ist der Mann, der die Lästigkeit erfahnt. Uso, ich hör dich nicht. Zum Strand. Was? Ey! Wo wollt ihr denn hin? Da unten ist ein Hotel. Ich muss mich dringend waschen. Besonders die Ohren. Versteh ich nicht. Aber... Aber... Gohl? Komm schon, Rufus. Bist... Bist du sauer? Dreckig. Zerschunden. Gedemütigt. Das ja. Aber sauer? Nein. Gefällt Rufus, ne? Es war schon irgendwie lässig. Pfff. BIT LB 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 L philosophical. Die Hände... Ich muss sagen, Berufungspläne beweisen eine gewisse Kontinuität. Darf man nicht mit Stagnation verwechseln. Definitiv nicht. Eine Treppe. Ganz schön dunkel und steil und rutschig. Am besten, ich nehme drei Stufen auf einmal. Nicht dass ich noch. Auf'n Arschfalle! Das wäre ja zu peinlich. Genau so hätte ich es auch gemacht. Okay, die Kreuzertrasse. Ein unbekannter Ort. Noch ein unbekannter Ort. Eine Toiletten... Oh Gott. Eine Toilettentür. Ich habe mit Toiletten auf dem Boden ja nicht so ganz so die besten Erfahrungen gemacht. Beim... Oder auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Äh, nicht. Doch. Nein, die Erinnerung. Gehen wir mal hier in die erste Tür rein. Hallo! Ich kann ja nicht viel mit moderner Kunst anfangen, aber das finde ich gut. Es ist aus der Perspektive eines Menschen gezeichnet, der artlos die Urne seiner verstorbenen Mutter öffnet. Und dann an einem Herzinfarkt stirbt, weil ihm plötzlich Juxblumen daraus entgegenspringen. Schade nur, dass es so schief hängt. Dann sollten wir vielleicht mal richtig rumhängen. Da haben wir ja den Übeltäter. Eine Mutter. Hm. Hm? Die hält wohl das Schlüsselbrett vorne an der Rezeption. Oder die Uhr. Oder beides. Der braucht schon Werkzeug. Wenn er Hände wie Schraubstöcke hat. Ganz schön glipschig, meine Schraubstöcke. Das ist nur der Schweiß von den vielen Anstrengungen und so. Dr. Übel-Pfeff-Snack enthält mindestens 20% Pfeffer. Probieren Sie auch Dr. Übel-Reptilien-Futter, Dr. Übel-Köder-Insekten und Dr. Übel-Allzweckschaben. Hm. Also 20% Pfeffer, das nehme ich doch gleich mit. Sehr beeindruckend. Wusstet ihr, dass Salz Schimmel ansetzen kann? Hm. Man hat ja öfter mal was Neues, ne? Was haben wir hier? Das können wir nicht mehr nehmen, wie es scheint. Die Kerzen auch. Erstmal ein extra starker Kaffee. Ich trinke meinen Kaffee normalerweise schwarz. Aber hier scheint es ihn nur in Grau-Grün zu geben. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Oh! Da war ja tatsächlich noch was drin! Staub! Also die Marke würde ich ja jetzt nicht weiterempfehlen. Ich bewundere seine Taktik. Auf Umwegen zum Kern des Problems vordringen und dann Problem gelöst! Ja. Darum nehmen wir ihn noch mit. Okay. Okay. Wir kommen also auf beiden Wegen zum Restaurant. Das ist die Uhr, die sehr lustig aussieht und die Schlösser, die sehr lustig aussieht. Wollen wir doch mal gucken, ob er zu Hause ist. Oh, Upsi! Mein Kreislauf klötert. Ich sollte nicht so schnell hochkommen. Oder mal ein bisschen Sport treiben. Puh! Schleichen Sie sich doch nicht so an! Schleichen? Ich hab doch geklingelt. Puh! Ich dachte schon, das sei mein Tinnitus. Wäre kein Wunder bei dem ständigen Lärm der Kreuzertrasse. Von der kalten Zugluft mal abgesehen. Oder den Schimmelpilzen. Aber ich schweife ab. Willkommen im Hotel Minitekel. Wollen Sie ein Zimmer mieten? Ähm... Naja... Ich suche eigentlich nur meine Freunde. Ein seniler Gartenzwerg, eine Bordsteingiraffe und ein Zirkusbär mit Hut? Das sind sie! Ja, die haben hier vorhin eingecheckt. Sie sahen nicht so aus, als könnten sie sich einen Anwalt leisten. Darum hab ich ihnen Zimmer 5 gegeben. Aber keine Sorge. Solange sie keine Lichtschalter, Steckdosen oder tragende Bauelemente anfassen, dürften sie die Nacht überstehen. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben nach Mitternacht auf ihrem Zimmer. Dabei fällt mir ein, haben Sie zufällig eine offene Rechnung mit Dämonen, finsteren Gottheiten und kürzlich Verstorbenen? Ähm... Nicht, dass ich wüsste. Super! Dann wäre ja alles geklärt. Sie ahnen ja nicht, wie zimperlich sich manche Versicherungen anstellen, wenn es um übernatürliche Todesursachen geht. Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Hotel Minitekel. Ähm... Danke, mein Bester. Okay. Hm... Minitekel. Seltsamer Name für ein Hotel. Finden Sie? Ich fand den Namen immer ganz putzig. Er bedeutet so viel wie drohendes Unheil. Das meine ich ja. Wer will denn in einem drohenden Unheil wohnen? Tun wir das nicht alle? Tja, aber wenn man die Wahl hat... Haben Sie aber nicht. Oder haben Sie in der Gegend ein anderes Hotel gesehen? Ja. Willst du andeuten, dass es hier spukt? Aber nicht doch. Hier an der Rezeption sind wir sicher. Es sind die Zimmer, über die ich mir Sorgen machen würde. Insbesondere Zimmer 13. Wieso? Was ist denn mit Zimmer 13? Sagen wir einfach, es war ein Fehler, die Indianer dort zu beerdigen. Ach ja. Außerdem hat sich eine Weltuntergangs-Sekte in der Wäscherei eingenistet. Wenn Sie also saubere Bettwäsche brauchen, sollten Sie darauf achten, keine religiösen Insignien oder Jungfrauen bei sich zu tragen. Bevor ich das Zimmer so viele Jungfrauen dabei habe. Ach je, ach je, ach je. Wie finde ich denn das Zimmer? Oh, wahrscheinlich furchtbar. Ich würde darin nicht übernachten wollen. Warum frage ich überhaupt? Okay. Seltsamer Ort für ein Hotel. Direkt unter der Organon-Kreuzertrasse. Finden Sie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass dies die ideale Lage für Kundschaft aus unserer Zielgruppe ist. Menschen ohne Geruchssinn? Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich alles gefallen lassen. Ah, die. Kennst du die Gerüchte, dass der Ponia gesprengt werden soll? Na klar. Im Umkreis von mehreren Meilen ist deswegen das Popcorn ausverkauft. Nun, es ist alles wahr. Und ich bin derjenige, der es verhindern wird. Prima. Ich dachte schon, das bleibt wieder an mir hängen. Was? Immerhin musste ich diese Woche schon die Hoteltoilette sauber machen. Soll das ein Witz sein? Haha. Erzappt. Natürlich habe ich die Toilette nicht sauber gemacht. Sobald kommt's noch. Hallo. Ich rede hier von der größten Katastrophe aller Zeiten. Ah, Sie kennen unsere Toilette also bereits. Das klingt schon mal sehr vielversprechend. Ich bin wieder mal auf mein Zimmer. Tun Sie das? Ich werde Sie nicht aufhalten. Und bevor Sie fragen, es erfüllt nicht den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung. Wir haben das prüfen lassen. Gut. Wo ging es jetzt nochmal zu den Zimmern? Ah. Ich glaube nicht hier. Gucken wir mal raus. Ah. Das könnten die Zimmer sein. Oder das. Ich habe schon schlimmere Scheißhäuser gesehen. Ja. Zum Beispiel Kuback. Besetzt. Hört denn die Kackerei bald auf? Hetzt mich nicht. Ich leide an einer schweren Temporaldiarrhoe. Temporaldiarrhoe? Ja. Ich bin ein Zeitreisender. Du meinst, du kommst aus der Zukunft? Quatsch. Es gibt keine Zukunft. Ich komme aus der Vergangenheit, um mir den Weltuntergang anzuschauen. Geh das schon wieder los. Dann bist du hier falsch. Ich bin der, der diesen Weltuntergang nämlich verhindern wird. Oh. Es wäre zu freundlich. Ich stecke hier nämlich fest. Wieso? Ist deine Zeitmaschine verstopft? Nicht ganz. Das Klopapier ist alle. Das war ironisch. Ich glaube dir natürlich kein Wort. Naja. Es war auch nicht die komplette Wahrheit. Ach, wusste ich's doch. Eine Rolle Klopapier ist hier noch. Aber sie ist rau wie Sandpapier. Und ich habe während des drexikanischen Bürgerkriegs Chili gegessen. Das war eine blöde Idee. Ich soll's lieber heute weggehen. Sache stinkt mir. Was geht denn hier ab? Hum, Hum, Kumbaya. Okay. Hallo, ihr, ihr freundlichen Kapuzenmänner, die einer sicherlich völlig gewaltfreien Organisation angehören. Äh, steht ihr hier für die Waschmaschine an? Hum, Hum, Kumbaya. Ihr könnt mich doch sicher vorlassen, oder? Nehmt euch einmal unheimlich für... Klar, kein Problem Kumpel. Hum, Hum, Kumbaya. Cool, dann kann ich ja sicherlich kurz mal eben... Hum, 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 Kumbaya. Verdammt. Wow, okay. So eine klare Aussage. Lass es hier Bosos an. Wieso... Wieso hängt... Wieso hat er Pokis Stimme? Und wieso hängt hier... ...Bosos an? Wow. Frisch gewaschen. Ich seh keinen Unterschied. Okay. Die eignen sich hervorragend, um Bananenreste aus Starkstromsteckdosen zu poolen. Du musst mich unbedingt mitnehmen. Äh, offenes Feuer im Waschsalon ist jetzt aber keine gute Idee. Man kann schnell mal das halbe Dorf abbrennen. Und dann zeigen wieder alle auf dich und nehmen dir den Flammenwerfer weg. Und feuern die freundliche Kindergärtnerin wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Ähm, Entschuldigung. Dauert das hier noch lange? Hum, Hum, Kumbaya. Verdammt. Mhm. Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Äh, jup. Okay. Dann sollten wir jetzt zu den Zimmern gehen. Zimmer 5 hatten wir hier richtig. Äh, pfff. Ich kann nicht lesen. Gucken wir mal hier. Abgeschlossen. Oso? Keine Antwort. Das war das Klopfzeichen. Das Klopfzeichen. Abgeschlossen. Goal? Keine Antwort. Aber da ist doch jemand drin. Ich höre Stimmen. Lauschen wir mal. Gänz, 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 gänz. Äh, gut. Ich höre jetzt nichts. Wissen wir mal hier vorne. Immer langsam. Ich höre was. Und der Zerstörer wird kommen durch diese Türen. Und er wird tragen das Zeichen der Bestien. Die Stimme kenn ich doch. Das ist doch. Und ein dunkles Klopfen wird seiner Ankunft vorausgehen. Und er wird sagen... Aua! Das gibt ein Horn. Es gibt ein Horn. Ey, ess mich nicht nach, du. Moment mal. Das Pfeifenkopfmännchen. Ich kenne dich. Du bist... Sehr beschäftigt. Nein. Du bist das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Bin ich nicht. Oh, du lügst. Was mich im Grunde als Wahrsager disqualifizieren würde, oder? Äh, jetzt mal keine Spitzfindigkeiten hier. Ich glaube immer noch, dass du der Wahrsager bist. Ich werde oft verwechselt. Zum Beispiel mit Ansgar Fleischhut, dem berühmten Mützenmodell. Willst du mich veräpfeln? Wieso? Wir gehen zum selben Friseur. Komm schon. Ich erkenne dich doch. Was hast du zu verbergen? Hm? Nichts. Im Gegensatz zu Ansgar, diesem eitlen Fatzke. Hm. Hast du etwa vor zu verreisen? Nur ein kleiner Angelausflug. Es sieht aber eher so aus, als hättest du alle Zelte abgebrochen. Ich geh auf Großfischjagd. Und dann nimmst du deine ganze Wohnzimmereinrichtung mit? Mein Flat-Sitter hat Mumps. Hm. Was sollte dieses Gemurmel eben? Führst du etwa Selbstgespräche? Ich weiß nicht, was du meinst. Es klang wie so eine Art obskure Weltuntergangspredigt, wie man sie von sinisteren Sektenführern erwarten würde. Ach so. Ach das. Ich hab nur ein Lied für die Geburtstagsfeier meiner Nichte geprobt. Und der Zerstörer wird kommen durch diese Türe? Pippo der Zerstörer, König der Komedianten. Und er wird tragen das Zeichen des Tieres? Er trägt das Zeichen des Tieres. Er macht den Elefanten. Du-du-dup-di-dup-di-dup-di-dup-bip-bub-bip. Sui. Festlichen Glückwunsch, Emil. Oi. Emilui? Ein beliebter Mädchenname an der Schrapnell-Küste. Hm. Der Song hört so... Was soll dieser seltsame Aufzug? Bist du einer Sekte beigetreten? Das ist nur ein Bademantel aus dem Hotel. Und hat auch das Hotel den Schriftzug Das Ende ist nah eingenäht? Sie meinen das Ende der Frühbucherperiode. Das Ende der Frühbucherperiode ist nah. Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub im Hotel Minitekel. Ich bin nicht überzeugt. Du kennst nicht zufällig diese Typen aus dem Wäscheraum? Ich weiß nicht, von wem du redest. Ja, sie tragen Kerzen, singen Molltonleitern und sie tragen dieselbe Kutte wie du. Also um die würde ich mir keine Sorgen machen. Wahrscheinlich nur ein ganz harmloser Gesangsverein. Sie haben ein Pentagramm auf den Boden gemalt. Ein Quintenzirkel? Keine Frage. Hm, hab ich gar nicht gesehen. Lass das Theater, ich hab dich durchschaut. Oh je, das war ja vorher zu sehen. Du hattest natürlich recht, ich bin der Wahrsager. Aber ich benutze meine Fähigkeit nur noch ungern. Es läuft nur noch Mist in der Zukunft, was? Genau genommen läuft da gar nichts mehr. Die Welt wird untergehen. Ja, das war auch meine erste Reaktion. Die zweite war, alle meine Sachen zu packen und einfach abzuhauen. Aber das ist doch Quatsch. Ich weiß, man kann seinem Schicksal nicht entkommen. Genau, man muss sich mit ihm abfinden. Was? Nein. Darum hab ich Gleichgesinnte um mich gescharrt. Um mich mit ihnen zusammen auf das Unausweichliche vorzubereiten. Du hast eine Weltuntergangssekte gegründet. Wann wäre ein besserer Zeitpunkt? Das ist tatsächlich ein gutes Argument. Das ist tatsächlich ein gutes Argument.